hallo und herzlich willkommen für die leute die mich vielleicht noch nicht kennen mein name ist paul marx ich bin musikproduzent und songwriter und habe auf youtube einen kanal auf dem ich viele videos zur musikproduktion zeige unter anderem wie man songtexte schreibt oder auch wie ich live beats produziere ich habe lange daran gearbeitet leuten beizubringen wie man songs schreibt ich habe workshops und kurse dazu gegeben und ich habe ein haufen videos gedreht und inzwischen glaube ich habe ich so ein gefühl dafür bekommen was so die wichtigsten hürden und schwierigkeiten sind die dabei auftreten können ich bin aber fest davon überzeugt dass jeder die fähigkeiten hat eigene songs zu schreiben wenn er nur die richtigen grundlagen dafür kennt aus diesem grund habe ich ein buch zu dem thema geschrieben das heißt songwriting in nur 14 tagen zum songwriter das buch ist ganz einfach geschrieben und enthält ganz viele praxisbeispiele und übungen für euch mit den ihr euren song live schreiben könnt parallel zum buch das buch besteht aus 14 lektionen in dem ich euch alle grundlagen und viele tipps und tricks zum songwriting mitgebe wir beginnen bei den absoluten grundlagen mit der idee des songs daraus entwickeln wir den songtext später die rhythmen harmonien und die melodien des songs und das beste daran ist wir starten bei absolut 0 ihr braucht also kein musikalisches vorwissen mitbringen ihr könnt das buch auf meiner website als download kaufen für 8 euro 79 als pdf oder wenn ihr einen kindle habt oder eine kindle app dann könnt ihr das buch auch von der amazon seite kaufen ich blende beide links hier oben ein ich würde mich wirklich freuen wenn ich euch dazu begeistern kann mit meinem buch den einstieg in songwriting zu finden außerdem knack ich im moment auf youtube die 1000 abonnenten und aus diesem grund habe ich noch eine kleine sonderaktion für euch ich verlose drei exemplare meines buches bis zum 19.6 und zwar unter allen die meinen facebook beitrag zu diesem thema teilen ich werde den link hier oben einblenden und ihr habt bis zum 19.6 zeit den zu teilen ich wünsche euch viel glück dabei und viel spaß beim songwriting macht's gut und 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 Untertitelung des ZDF, 2020